Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute erneut ein türkischer Server Elo-Kleim mit meiner Möglichkeit als Master Yi in der Midlane. Aus dem einfachen Grund, weil mir Zed weggepickt wurde und ich hatte keine andere Möglichkeit wirklich etwas zu picken. Jedenfalls ist mir nichts ersichtlich geworden, was ich hätte picken können gegen Zed. Vor allen Dingen, ich wollte auch nicht unbedingt Welkos in ein Zed reinpicken, weil das relativ schmerzsatt werden könnte. Zudem hatte ich auch den guten Mente mit dabei. Ich wünsche euch dementsprechend viel Vergnügen mit dem nachvollen Gameplay. Bis dahin, Sia Guys! Das Gold 4. Das ist ja noch schlimmer. Und ich habe keine APs, siehst du? Doch, du hast Magie Resistenz. Ja, gut, jetzt gehen wir nicht auf die Nerven damit. Magie Resistenz konnte ich nicht rausnehmen, ich habe nichts anderes. Außerdem macht die Passivfähigkeit von Zed Magie, also magischen Schaden. Und der Thunderdoth, und der weg. Der Braum. Die Poppy Mechanics deines Lebens. Der Wucho-Style. Jetzt kommen die Poppy Mechanics meines Lebens. Ultra, und die Fliegen ihre Base. Intexy in ihren eigenen Tower. La Poppy. 30 Sekunden bis eine Minion späne. La Poppy. La Poppy. Keine Ahnung was das heißt. Wahrscheinlich eine Poppy oder so was ähnliches. Ah, du spielst Poppy. Sehr gut. Ich sollte nicht locker gegen den gewinnen können, gegen Zedie Ball. Ich habe einfach die Sachen geschrieben, die ich bisher auf Türkisch gelernt habe und habe sehr viel geschrieben. ein Gellier, stellDier, schreibt sich, und sich jeder. Ah, du was, irgendwas mit Ben schreibt, das wollte ich auch also. Der Ben. Na, ich bin doch hier, hat ihn nicht die Dorof schlagen. Ben, du hast mir das auch drauf. Guck, schon wieder, da ist Ben. wenn es mal der linien schaden hier ist verloren doch ein Tuch! Lutu-Style Lutu-Style Ah, wer hat gewertet, wer hat gewertet und der Kript damit hat ihn ergonnt Anger, Gears Motivation without purpose Gears Motivation Gears Motivation Gears Motivation Dann müsste ich meinen Leben gewöhnen Er hat kein Teleport mehr hat auch PvP-Use Gebacked, Teleport, ziehe mich Alles ist wieder gut Der war jetzt einfach nur Teleport Oh, die Nice Und wer hat die Gears Motivation Und wer hat die Wollt Was für mich Wollt Ja Ich glaube natürlich Auch Es ist ein Wollt Wie wird das? Wie wird das? Wollt Ich bin ein Fisch. Ich bin so sad. Was? Na, wie das du? Red, tapiert. Tapiert, red, red. Oh, oh, oh. So. Nein. Ich habe 5 erreicht. Yes. Sieht zoppeln aus. Ich verkack gerade den ganzen Traum, weil ich so wenig AD habe. Ah, so geht's. Ich vermute, dass ich den Stärker in der Firma geh. Aber keine Sorge, ich bin im Late Game um einiges nutzvoller als Cert. Ich hab ne Utility im Late Game. Ich hab halt nichts anderes als Master Yee in der Mitte. Ah, nehmen wir mal, das war sogar ein guter Trait. Also auch Doppel. Der echt ist ja. Ah, der geht rein. Ich muss ihn ausmachen. Ist das die nächste Runde? Doch, ne. Ich will nicht noch mehr kein Runde. Ich habe mich nicht first. Ich habe noch einmal nicht geschaut. Ich habe das, was ich dich noch nicht so nassen. Und ich habe das nicht? Ich habe das, was das zu machen. Ich habe das. Ich habe das zu tun. Ich habe die Runde durchάufen. nicht veristen sollen egal der typ fängt auch komplett falsch an normalerweise ist man kann zuerst okay da war es einfach gut und rüstung gehen und ist noch die rechten die ganze sache nicht rein müssen das war das mit es gibt 15 bonus der match ob ich auch nicht mehr mit barri in der gründlichen altrund und beten dann war uns in der konkurrenz ich behaupten vor allem stattdessen nachdem ich aufhören heißt von da und kletzt dann kostet den spiel und Ja Sterex und keine Ahnung was noch alles Schade sagen, ich fahre erstmal ein bisschen neben Ja, Steadman Ah normal, gut Job Top Ich hab sogar den Nier gekillt hier Weil ich der Support bin Ohne Becken Okay, heim uns mal ein bisschen Nein, mein Ganyer hat mich aufgereift um mir das Item zu kaufen Ganyer, Ganyer Weißt du, dass du das auf den Tags geht? Nicht auf Leipzig? Ähm, ich geh halt 15 Bonus, ey, die dadurch Aber nur auf Auto-Tag Na und? Das ist trotzdem verdammt stark Nur so überlegst du, dass du nur 1000 Gold bezahlst Dafür hast du kein Leipzig Boah, dann hol ich mich mal Ja, die hast du auf das Spellgramm Dafür hast du halt ein Tags geht Ich hab meine Dorans, Dude Ich hab meine Dorans, Dude Hat er die Dorans? Ich hab meine Dorans Das ist alles was ich brauche Dorans, Dorans, Dorans Dorans, Dorans, Dorans 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 ist ja Das ist eure Pausste was du immer kaufen kannst Sechsmal Dorans und du gewinnst halt Ja, Late Game Wett mal Dorans und du bist 10 Super Ja, wenn man Dorans deckt hat Das macht schon So, jetzt verkacke ich den Leipzig und er kriegt den Kills Ahhhh Never lucky Oder er geht einfach weg damit sie nicht leiten kann Gut für uns beide Ich komm auch dazu Ich komm auch dazu Bitte, du warst Eierling Wow Wow Ah du hast einen Kill Aua Ich wollte einen Kill Ich weiß was Gellyjör heißt Was heißt Gellyjör? Wenn du pingst, ich komme, da kommt Genieur. Na super. Ach so. Immer wenn man pingst, ich komme, da steht Genieur. Deswegen steht so auf Genieur im Chat. Abschieb. Ich mach so sein Doppelpunkt dahinter, wenn wir die da schreiben. Ich komme auch dazu. Oh mein Gott. Guck mal, da kommt, da kommt der Sett. Guck mal, da kommt der Sett. Guck mal, da kommt der Sett. Ah. Ah. Oh, oh. Was? Ich komme, du musst, du bist dabei. Oh. Easy. Easy. Kommst du weg? Ja, oder? Oh. 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 Ich komme. Ich habe keinen Mann mehr. Kommst du weg? Ich komme. Weg? Mach den du mal raus. Ich komme. Ich komme. Ich komme entgegen. Geh auch anders rumleinen. Geh anders rumleinen. Aber mein. Dann nicht. Dann nicht. Dann nicht. Wieso gehe ich eigentlich direkt... Ach komm, ich gehe jetzt erstmal auf das Bild hier. Ich könnte eigentlich theoretisch direkt auf den gehen, damit ich auf ein Wageplate oder sowas ähnliches. Ist relativ egal jetzt. Wageplate gut auf Master Yi? Warum? Weil er es relativ schnell getriggert bekommt mit Jungle? Es gibt dir AP, AP für deine Heimung gut. Na, okay. Wie lögt das Eis? Vor allem, wenn es noch als 6 mit dem... Ja. Na, okay. Ich geh mal mit ihm. Ich hab auch Angst vor mir. Komm mal. Wir difen. Wir difen hier einfach. Ob wir auch. Wird doch jetzt schon back gehen, oder? Wir haben keine Minions gerade da. Wir stacken mal ein bisschen. Keine Copy. Komms. Okay. Sehr gut gemacht. Wir können theoretisch sogar eigentlich Drake machen. Ja, ne, ne, ist egal. Ich mach's dir mit. Das ist eigentlich relativ... Ja. Ich mach's dir mit. Das ist eigentlich relativ... Ich mach's dir mit. Ist halt relativ einfach gehalten. Du musst halt nicht wirklich viel können. Aber wenn du was kannst, das auch nicht. Schau mal kurz. Ist der zufällig noch da, der Red Buff? Ich mach's dir mit. Ja. Ja. Sehr gut. I'm sour. Alle Kills genommen. Einfach. Alle Kills. Solch ein böser Mensch. Ich wahr. Oh, geil. thankfully. Hauptsache wir counter-johnen erstmal so in den Sack. Ohne Gnade. Dank Rubaf, das kann auch sein. Obwohl ich bin mit dem anderen wieder zum Camp zu machen. Der Farm ist halt am Sacken. Möster E, Mötelein. Wo ist die Möte? Das ist nicht so gut. Ach schade, ich wollt mal nen Killer haben. Ich brauch doch schon 4. Ich wollt mal wieder nen Killer haben, ok? So, bist du zufrieden? Ich glaub schon gut, dass du siehst, ja? Naja. Ich hab das mal alles gecovert. Jawoll. 1. B*** Lean put Easy! Mein Batternde So, ich geh mal zurück. Kann ich mir bald Rage Split leisten, muss ich mal schauen. Ähm, wo kann ich will? so weit spielt kostet 28 dauer noch ein bisschen nicht mit alten verkaufen naja egal egal ob man geht jetzt wieder rando liegt anstatt diesen patchen wacht bekommen und andere jahre nur und zwar wirklich ein item sky mir gespielt wurde aber jetzt hat es mehr rüstung hat genau so viel leben ich will die place machen aber er hat nicht alle verkaufen oder was Alter, ich Nein, den wollte ich auch Ja, so eine Stiftung Wow Wow Oh, jetzt ist die Die, die, die Die, die, die Ich bin weg sehr sehr gut, da kommst du wieder ich will mal ein rageblade kaufen ah man brauche mir was ich nicht habe, damit du steigst perfekt gg, das war ja ein easy game ach ja, was sagst du im letzten moment jawohl, irgendwann habe ich eine kraft mit bekommen oder ein s ich denke mal schon was du ein s bekommen hast ein s minus, einfach nur ein s, wahrscheinlich reizt es schon aus mal sehen das war ja Vielen Dank.